Ich habe noch jemand gegen mich eine Chance gehabt, also... Ja, ist das bei mir? Das... Hä? Ich weiß es nicht, ob die von meiner Truppe sind. Möglicherweise. Da... Oh, aha, aha. Jetzt gehe ich mal da hinten durch. Oh, toll, das brauche ich jetzt nicht. Das kann einfach liegen bleiben. Ich... Weiß es nicht. Also, ich schraube doch nochmal ein bisschen runter. Ja, es läuft schon flü... Sinnpatzschankfehler, aber es läuft jetzt ein bisschen flüssiger. So, okay. Dann laufen wir doch mal in die Richtung. Oh, zwei. Mhm, zwei. Hier war doch noch gerade eine Kiste. Da ist eine Kiste. Da ist nichts mehr drin. Aber, aber, wo waren die denn? Wo waren die? Haha, ich suche sie jetzt. Ha, die Blitze sind nie ganz aufschlussreich. So, dann nochmal mehr N.D. hier. Da, 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 da. Ich se... Oh, zwei Leute, zwei Leute. Hm? Gehen wir mit dem Bogen? Das ist ein Team. Kann sein. Nein. Ich will die jetzt ausschalten, dann habe ich gewonnen. Jetzt flüchten die auch noch von mir. Nein, gut, ich flüchte auch von anderen, also. Ich komme mal näher an sie ran. Hätte ich doch nur bloß eine Enderperle. Hier sind da das her und dann... Oh, die hatten... Ah, die sind gut ausgerüttet. Die hatten eine gute Rüstung. Obwohl das Gold hält... Gold hält sich ja nicht ganz so lange. Ja, getroffen. Warte, mal eben ganz los. Na super, da will ich irgendwas gucken und schmeiß direkt das Mikro runter. Ich bin auch ein Depp. So, wo waren die denn? Wo waren die denn? Ich war immer noch dabei, die zu suchen. Hab sie aber nicht gefunden. Da hinten, okay. Da steht sie. Oder... Ja, es muss eine sie sein. Oh, das sind... Da, jetzt kriege ich sie. Jetzt habe ich sie. Die schießt sich runter. Das hilft ihr ganz wenig. Jetzt schlage ich sie mit meinem Fleisch. Ja. Ja. Troffen. Und da oben. Scheiße, ich habe keinen... Ah, nein. Stürz ab, ey. Stürz ab. Einfach abstürzen. Oh, man. Aber der hat auch keine Pfeile, also. Doof, doof, doof. Jetzt kackt sich ja noch den ollen Bärchen. Nuff. Scheiße. Jo, Glück gehabt. Mich gerade selber vom Absturz bewahrt. Oh, wo. Wo ist der? Der ist bei dieser Doppelkiste. Darum steht eine Doppelkiste im Werk. Das weiß ich mal ganz genau. Oh, wo. Hier geht es auch ein bisschen leichter, oder? Hm. Das war mehr so Glück gerade. Ja, sauber. Da kann ich auch nichts tun. Dann mal hier hoch. Okay. Es wird düster. Es wird richtig düster. Wo sind die? Wenn ich den hier jetzt sehe, da jump ich hier aber erstmal so richtig. Oh, nein. Scheiße. Scheiße. Knapp, knapp, knapp. Was will der denn, hä? Was willst du? Sag, was du willst. Ha. Ja. Das kommt jetzt hier zum finalen Match. Komm runter. Komm. Ich will dich jetzt. Wow. Ich bin auch ein Vollprofi. Wie gesagt, ich reiß mich hier noch selber weg. Wie ist der denn da hochgekommen, der alte? Der alte Hund. Ja, toll. Ich schmeiß mich auch noch selber. Ich bin ein Deppes. Ich bin ein... Ist der runter? Nein. Das ist mein Rätsel gerade. Oh Mann. Das ist wieder dieser eine Typ, ey. Der nix kann. Oh, was denn? Oh, 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 oh. Oh, bitte. Niveau, wo ist das Niveau? Hm. Ja, jetzt finde ich mich auch... Hey. Hier kann man gut stehen. Wieso falle ich jetzt hier runter? Das kann auch mal. Hä? Wieso? Wie ist der da hochgekommen? Ganz ehrlich. Wie? Geht das? Wie ist der da hochgekommen? Das kann nicht sein. Da oben auf dem... Dreck, ey. Da komm ich auch nicht hin und... Da ist auch nicht schlecht. Da ist auch schlecht. Ja, sorry. Ich reiß mich hier schon selber in den Tod. Wieso kriege... Ey, ich brauche Pfeile. Ganz ehrlich, ich brauche Pfeile. Ich renne jetzt einfach hier raus und hole mir Pfeile. Ich tue jetzt mal so, als wäre ich Oskar. Ich mache jetzt einfach noch gar nichts. Ja, super. Ich brauche Pfeile, ich brauche unbedingt Pfeile, dann ist er weg da. Aber ich kann mir auch nichts grafen. Scheiße. Hat das Goldschwert vielleicht eine weitere Reichweite? Was weiß ich. Ich sprich hier schon. Ich schaffe gar nichts. Hey. Ah, toll. Jetzt hakt sich hier alles auch noch. Oh. Was ist denn das Problem von dem, dass er nicht da runter will? Kann er nicht verlieren oder so? Oh, jetzt habe ich hier... Aha. Jetzt gehe... Aha. Na, das ist... Da soll er mir welche geben, ey. Wie will er mir jetzt was geben? Ich mache schon mal... was frei. Sicher. Ganz sicher. Ich komme einfach zu dem hoch. Sein Pech. Okay. Selbe Scheiße. Woher gehe ich denn dahin? Ich stürze mich jetzt einfach an Tod, oder? Jo. Na, das war's erstmal mit zur Weise Games. Ich hatte jetzt ernsthaft keinen Bock mehr. Aber wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann.